Ein alter Tepper. Geh mal rein. Das war eine Runde. Wir kommen jetzt in die vierte Etage. Tepper auf Silke-Münster. Da hat vier Stadtteil von Silke kommen unter vier Personen. Bauern ist nur 1958. Die Autos befinden sich in einem Originalzuschauer. Und hat noch ein Notrufsystem von Schmittelfuhl. Jetzt kommen wir noch nach unten. Hier drückt auch eine Notruftaste und eine Stopphebel. Mal schauen. Die Tür geht automatisch auf. Und eine Taschmelodie ist hier leider nicht. Die zur Kabine ist aus Holz. Und sehr, sehr alt. Ein sehr, sehr alter Aufzug. Und fährt auch sehr, sehr, sehr schnell. Jetzt sind wir schon. Eben. Eben. Die Tür lassen sich sehr, sehr schwer öffnen. Und schließe. Aufzug, drei Personen. Bleib auch nicht. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Einfach zu viel laufen. Und das war es auch schon. Nichts, nicht sehr, sehr. ImACE und Untertitelung des ZDF, 2020